Hallo und willkommen in der World of Darkness. Wir sind im Giovanni-Anwesen Keller. Im Keller des Giovanni-Anwesens oben. Oh, hallo. Da ist der Sarkophag. So kurz. So kurz vor dem Sarkophag. Habe ich aufgehört. Habe ich gar nicht mehr gewusst. Habe ich nicht realisiert im Nachhinein. Aber meine Güte, das ist offensichtlich ein Quaijin, ein asiatischer Vampir, sag ich mal. Und er spricht von einem Einverständnis oder einer Übereinkunft zwischen unseren Anführern. Also zwischen Ming Zhao und dem Präsident. Dem Präsident Lacroix, genau. Der kann gar kein Präsident werden, denn der ist ursprünglich Franzose. Das geht nicht. Funktioniert so nicht. Ey, blaue Antworten sind immer gut. Blaue Antworten heißt nämlich überzeugen, überreden, friedlich. Ich mag die asiatischen Vampire. Und toll übrigens, wie der Kerl, der im Hintergrund auf dem Sarkophag säuft. Gefällt mir auch sehr gut. Also lass uns drüber reden. Der Prinz hat mich hierher geschickt, um den Sarkophag zu holen. Was macht ihr eigentlich im Keller des Giovanni-Clans, durch die ich mich durchgemetzelt habe? Ihr seid offensichtlich mit dem Giovanni im Bunde und nicht mit dem Prinz. Also, es gibt keine Allianz. Mal gucken. Ich kann... Also, alle Antworten, alle Antworten sind, äh, nein. Hier wird Blut fließen. Also, es muss Blut fließen hier. Ich gehe nicht. Oh, der Blade und der Claw, brother. Hey, hört auf, mich hin und her zu teleportieren. Das macht mich nervös. Okay, Geschwindigkeit. Dann brauchen wir eine dicke Waffe. Zum Beispiel hier dieser Magnum. Uh, hallo. Wie wäre es, wenn ihr alle mal sterbt? Lädst du nach? Nein, nicht automatisch entscheidend. Der hat diese coolen Klauen. Wie aus einem alten Kung-Fu-Film. Hey, und der hat ein Messer. Dann gehe ich doch einfach mal zum Sarkophag. Wow, ich falle selbst schräg. Und, äh, hm, kann ich nichts mit machen, anscheinend. Hey, kommt runter. Ich bräuchte eine Handgranate. Oder sowas. Haha. Ich frage mich, ob eure Lebenspunkte irgendwie verknüpft sind. Hey, hört auf, hört auf. Ich mag das nicht, was auch immer ihr da macht. Ich mag das nicht. Die scheinen zu meditieren. Oh. Hey, nicht fair. Zum Glück bin ich hunderttausendmal schneller als ihr. Uh, ja, und wieder. Oh, der eine ist tot. Der eine ist so gut wie tot. Du bist tot, komm. Oh. Mitten in der, mitten ins Herz. Ich hoffe, ich kann diese, diese Klauen haben. Au, hey, hallo. Nimm meine Magnum in den Mund. Die sind ziemlich cool. Aber, haben noch keinerlei Schaden wirklich verursacht. Meine Güte, das ist lächerlich. Ihr seid, ähm, die schlimmsten, äh, ja, Enforcer Assassins, was auch immer ihr seid, die ich je gesehen habe. Na, dann schauen wir mal. Wow, hab ich den ganz alleine da rausgetragen? Das ist immer so, was mich ein bisschen verwirrt. Man kann diese, dieses, ähm, Anwesen auch betreten, ohne alles umzubringen und mit Überredungen und Verführungen. Kann man in den inneren Kreis kommen und so weiter. Und trotzdem muss man den Sarkophag an all den Gästen vorbeitragen auf dem Rückweg. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Aber, oh, wir sind bei Lacroix. Oh. Hm. Ja, ich hatte erwartet, dass jetzt hier vielleicht, äh, andere... Oh, hallo. Hallo, Beckett. Hey, wollen wir uns unterhalten? Mein Prinz ist mir egal. Lass uns reden, hä? Wolf? Hm? Hm. Okay. Dann halt nett. Wir essen mit dir, Sheriff. Willst du nur mit mir reden? Nein, nein, natürlich will nur der Prinz mit mir reden. Ich muss mit dem Prinz reden. Oh ja, ich will reingucken. Er hat mich Wunderkind genannt. Und eins der schönen Worte, das die Amerikaner und Engel übernommen haben. So ähnlich wie Schadenfreude oder Zeitgeist. Wie war das mit der Allianz zwischen den Quajin und dir? Ah, okay. Da hätte ich jetzt gerne gelogen. Eigentlich nicht. Die haben mir mehrmals gesagt, ich soll gehen. Aber das können auch die Angst gewesen sein. Insuranz. Sie haben dich lieb, in der Fall, dass du durch den Gespräch leidst. Sie haben es versucht, eine Dissension in den Ranks zu schaffen. Räume. Es ist ein Trick, älter als du und ich. Hm. Ich sehe keinen Vorteil davon, ihm zu sagen, dass ich ihm nicht glaube. Also, ich glaube dir. Egal, was ich persönlich glaube. Es ist besser, zu sagen, dass ich ihm glaube. Es sei denn, er könnte irgendwie herausfinden, dass ich lüge. Aber ich werde jetzt erfahren, was unser Fak ist. Oh. Es scheint, dass wir nicht in Pandora's Bodge öffnen. Oh. Die Markungen, wie ich es sehe, sind von Assyrianem Origem. Ein extraordinarer Stück. Aber nichts Erde-schädterndes. Ich sehe. Dann gibt es keine gute Grund, warum wir ihn nicht öffnen. Ja, genau. Los, hilf ihm. Oh, Bodge. Beckett. Siehst du einen Mechanismus für den Lid? Ich habe noch nicht die Chance, ihn zu überprüfen, mit meiner Fein-Tooth-Kombe. Ich denke, ich habe einen in meinem Bein. Warum wird es nicht öffnen, Beckett? Und du? Ich dachte, du sagst, es sahen, wie es auf der Dane auf der Dane war. Ich will es öffnen. Du und Beckett, figuren ein Weg, um es öffnen. Ich muss wissen, was drin ist. Ich habe andere Dinge, die zu betrachten. Komm, geh mit mir, wenn eine Lösung gefunden wird. Okay, Chef. Wir könnten vielleicht... ...de Sheriff. ...die Deaths, zu which I'll sink, to prove others wrong. Die jungen Menschen werden so temperamental. Glücklich für Sebastian, ist es? Ich habe schon meine Meinung gemacht, um das Sarcophagus zu öffnen. Wenn nur die Stadt zeigen, dass Gehenna, auf der anderen Seite der popularen Verkauf, nicht begonnen hat. Ah, ja, der Sheriff mit seinem dicken Schwert könnte bestimmt helfen, das Ding zu öffnen. So. Wie machen wir es auf? Genau, ich schlage nicht das Dynamit vor. Das ist, ähm... ...ist ironisch ein bisschen. Äh, da ist das Wort S in dem Wort. Hä? Hä? Ähm... Okay, dann doch. Dann doch die Dynamitsache. Jetzt kann ich... Ja, klar, warum nicht? Ach, das ist doch schon wieder so ein Auftrag. Ich habe das schon im Gefühl. Until gestern, er hätte sich in seinem Saat in dem Empire Hotel in der Stadt gefunden. Aber als ich vorhin diese Nacht stoppt, all das ich gefunden habe, war ein Kaffee auf einem Morgenpapier. Es scheint, dass er abdukt wurde. Wenn ich ihn jetzt frage, von wem, dann würde er mir wahrscheinlich wieder sagen, dass er nicht all die Antworten hat. Ähm... Ja... Ähm... Hey, genau, du bist bestimmt durch so ein Apartment durchgegangen und hast nach seinen Aufzeichnungen gesucht. Ich fand ein Kaffee Bikini-Swimware und ein Buch, die die Origen der verschiedenen türkischen Dialekten. Oh. In seiner Größe, der Bikini? I detected the scent of Myrrh-Incense, which is usually burned in monasteries. Also, I found beach, sand and part of a muddy footprint. Putting two and two together, I located a monastery near a beach in Malibu, where I believe Hunters are holding Johansson captive. Hunters... Ernsthaft? Actually, there were two Hunters on the roof of the building opposite the hotel, who were positively delighted to tell me everything they knew. Provided I stopped dangling them headfirst over the side. Ich kann mir schon vorstellen, wie du damit aufgehört hast, sie über die Seite zu halten. Du hast einfach losgelassen! Ähm... Ja, okay, warum die Frage... Die wissen wahrscheinlich, dass da was mit dem Sarkophag zu tun hat. Die werden auch die Gerüchte gehört haben, dass so ein Sarkophag ein alter Vampir drin ist und, äh... Die wollen ihn wahrscheinlich töten. Hey, das bin ich! Oh... Mist. Aber her, die Gesellschaft von Leopold, ist das irgend so ein Deutscher wieder? Christian mentioned you ran into one of the Hunters from the Society of Leopold some time ago. They're so secret a church organization. I don't even think they know if they exist. But essentially, they're murderers for Christ or some such deity. Hey, wir sind alle schon tot. Also, Mord ist da wirklich das falsche Wort. Ähm... Poldi, die Poldis. Das sind die Poldis, ja. Die haben alle lustige Arschnitte und sind super im Fußball, was man hier Soccer nennt. Also, ähm... Ja. Ich gehe. Ich weiß, wohin das führt. Hm. It's easy to assume proficiency in something you've never done, isn't it? Hä? Ich hab reichlich Leute umgebracht. Ich weiß gar nicht, was du willst. Ähm... Außerdem Ash. Ich hab Ash geholfen, zu entkommen. Be that as it may. These Hunters are leagues above the... Security Guard turned Vampire Killer you might have encountered thus far. Security Guard turned Vampire Killer. Das ist bestimmt eine Referenz auf irgendeinen Film. Aber ich... Ich krieg's hier nicht zusammen. Mal gucken. Oh ja, klar. Natürlich kannst du nicht mitkommen. Das wäre ja gefährlich. Und Gefahr ist ja etwas, was man am besten vermeidet, wenn man so alt werden will wie du. Auf geht's. Hahaha. Okay. Ähm... Ich gehe. Remember, Dr. Johansson ist ein Innocent. He has no idea, we actually exist. Just try not to put the idea in his head. Ah, da werden wir mal... Das werden wir mal sehen. Also ich glaube, danach ist er sich ziemlich sicher, dass wir existieren. Äh... Prinz, ich brauche Geld, aber dich pumpe ich erst in der nächsten Folge an. Bis dann. Macht's gut.